Mein Name ist Eva Schweyer und ich arbeite als Projektleiterin in der IT der Stadt Graz. Neben meiner Arbeit unterrichte ich im Erweiterungsstudium Leadership, gemeinsam mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen in unterschiedlichen Branchen. Warum ich das mache? Außerhalb der Uni haben Studierende nur selten die Möglichkeit, so einfach an praxisnahes Wissen zu kommen. Und wenn, dann ist es sehr kostenintensiv. In diesem Fall ist es nur der ÖH-Beitrag und schon kannst du von dem Angebot profitieren. Im Gegensatz zu regulären Studien wird in ganz anderen Settings gelernt. Workshops, Reflexionen, Events. Es gibt immer Abwechslung. Interaktives Coaching statt klassischer Vorlesung. Man lernt keine reine Theorie, sondern aus der Praxis, wie man verhandelt, Gespräche führt und alles über Projektmanagement. Was das besondere im Erweiterungsstudium Leadership ist? Es ist die perfekte Ergänzung zu meinem Hauptstudium und lässt sich super mit der Arbeit kombinieren. Die Lehrveranstaltungen sind abends oder am Wochenende. Und die gelernten Inhalte kann ich auch gleich in meinen Arbeitseintrag integrieren. Das hilft mir nicht nur im Beruf, sondern eröffnet mir auch neue Möglichkeiten. Also, worauf wartest du? Leadership studieren, jetzt inskribieren. Ein Theorie Geschenk Untertitelung des ZDF, 2020